Hände, Hände hoch! Geld hier! Raus! Raus damit! Nee, tut mir leid. Also, ich hab meine Jacke im Büro gelassen und kein Geld bei mir. Tut mir leid. Schau. Schau, dann hier doch Kleingeld in den Büchsen da. Rutt, rutt, du mit! Nee, nee, Büchsen ist auch nix. Ich hab zu enge Hosen an, krieg ich nicht eine Münze durch. Tut mir leid. Was? Oder hast du ein paar Zigaretten? Ich bin Lichtraucher. Trichst du mich denn ein Stück?